Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ja, wir sind auf unserem Team um Robben und dem lieben Herrn Ibrahimovic. Und mit den Jungs wollen wir jetzt nochmal eine Runde spielen. Gestern Abend kam ja das, ja, Abuspiel gegen den Domme. Ich weiß noch nicht, wie es angekommen ist, weil es ist noch nicht draußen, wo ich das jetzt hier gerade aufnehme. Bin ich mal gespannt. Ja, und ich habe jetzt Bock mal hier eine Runde zu zocken. Heute war relativ anstrengend, in Anführungszeichen. Ich habe heute von 12 bis um 5, 6 Uhr abends mein Auto ready gemacht. Das heißt, von außen gewaschen und innen drinne das Ding erstmal leer gesaugt und vor allem ausgeräumt. Also ich habe aus dem Auto, ich glaube, ach du Scheiße, nee, da gehen wir mal raus. Ich habe aus dem Auto so zwei dicke blaue Säcke rausgeholt. Der eine blaue Sack war mit Dingen voll, die nicht unbedingt ins Auto gehören, aber auch kein Müll sind. Das heißt, die habe ich dann mit hochgenommen und dann gab es noch einen blauen Sack, der auch fast voll war, wo echt nur Müll drin war. Irgendwelche Kippenschachteln und hier Tüten vom Bäcker, was weiß ich. Also es war alles voll. Unglaublich. Naja, jetzt ist das Ding aber wunderhübsch sauber. Also, ja, da freut man sich ja dann auch danach, wenn man dann ganz entspannt das Auto wieder parken fährt und einfach alles riecht gut und alles sauber. Es ist überall Platz. Ja, die Leute, die bei mir mitgefahren sind teilweise, die hatten es wahrscheinlich nicht so schön, wenn sie da zwischen ihren Füßen Kippenschachteln und alles hatten. Naja, aber hier gegnerische Team. Lopez, Vucinic, Moutinho, Montolivo, Megidi habe ich gesehen, Chimao habe ich gesehen. Bis zur Innenverteidigung bin ich nicht gekommen, weil ich mal wieder nicht darauf geachtet habe. Ja, ich feile halt gerne mal. Kennt ihr ja. So, mal gucken, was wir hier holen. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob heute an diesem Tage noch eins mit dem anderen Team kommt, aber kann ich mir gut vorstellen. Jetzt wollte ich hier schon Teampressing und so machen, aber wir spielen eine andere Formation, also Contour und sehr defensiv. Ich finde, das spielt sich ziemlich ähnlich wie ein 3-5-2 mit hoher Druck und ausgeglichen. Oh, fast durchgesteckt auf dem Ibbi. Da wäre er gleich bereit gewesen. Ja, nicht hier rumchoppen, mein Freund. Haken schlagen. Gestern kam ja auch das neue Team der Woche raus. Sieht relativ interessant aus. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, mal schön das Vorstellungsvideo angucken, da sage ich schon ein paar Dinge dazu. Palaccio zum Beispiel, richtig interessanter Kerl. Suarez natürlich, richtig starke Karte von ihm. Und jetzt Ibrahimovic hier durchgeschickt, richtig schön vom Robben gemacht. Kleiner Job nach hinten. Ah, und da kommt dann natürlich auch von hinten der Herr Agger. Leider leckt es wirklich ein wenig. Ich hoffe mal, das legt sich wieder. Robben. Ah, ganz knapp am Pfosten vorbei, das Ding hier. Shit. Ja, ich weiß, ich bin wieder selber schuld. Aber ich dachte, wenn es am Ende dann wieder grün war, war ja dann am Ende grün, könnte das klappen. Aber es leckt leider schon. Ich weiß auch nicht. Vielleicht haben die mir hier irgendwas an der Leitung rumgeschnibbelt, weil ich will es auch gar nicht auf den Gegner schieben oder so. Ich habe in letzter Zeit relativ häufig Verbindungsprobleme. Aber das ist dann auch nur teilweise. Dann geht es wieder und dann geht es wieder nicht. Und ach, ist katastrophal. Ja, Gegner macht halt hier wieder Faxen ohne Ende. Und ja, irgendwann klappt es dann halt nicht mehr. So, Zlatanovic. Ja, komm, greif mich an. Und außen vorbei. Und jetzt wieder nach innen ziehen. Und fupp. Ah, schade. Zlatanovic. Aber vielleicht macht er jetzt ein Kopfballtor. Ne, da kommt... Hä? Ich weiß nicht, wo der Ball jetzt auf einmal war. Aber anscheinend konnte er abgefangen werden oder so. Ich habe mich schon wieder gar nicht mehr darauf konzentriert. Ich war schon wieder beim Zlatan da. So. Macht er einen Haken. Hier schickt er bestimmt durch. Genau. Aber passt natürlich der DD auf. Also, unsere Abwehr ist ja wirklich sehr zuverlässig. Da muss man sich eigentlich keine Gedanken machen. Hier ist Herr Arjen Robben auf die Reise geschickt. Ja, da können wir nicht mit rechts schießen. Deswegen gehe ich hier vorbei. Und... Ah, nein. Habt ihr vielleicht gesehen? Da hat der Robben am Ende noch so ein bisschen getaumelt. Da waren wohl die Haken ein wenig zu viel für ihn. Ähm, schade. Den würde er, würde ich mal sagen, definitiv reinschieben, wenn er da nicht so ins Schwanken kommt. So, jetzt muss ich aufpassen. Ne, so nicht, mein Freund. Und Zlatanovic, Lavezzi und jetzt schicken wir hier einen Robben durch. Gegen wen lauft man da eigentlich? Gegen Ivanovic. Wen hat er da noch? Einen großen Schwarzen in der Innenverteidigung. Ich weiß nicht, wer das ist. Eine Black Beauty. So. Ja, jetzt müssen wir hier mal was machen. Hätten wir hier schon Tor schießen können, aber... War noch nicht... War uns noch nicht vergönnt. Aber... Das holen wir nach. Pop. Raus das Ding jetzt hier. So. Arjen. Und jetzt hier schicken wir Lavezzi durch. Der hat doch den Pace. Der hat den Pace. Ja, hol den Torwart raus. Danke. Nein. Eigentlich macht er den dann auch mit Finesse. Weil sonst wäre es ein bisschen schwerer geworden. Weil ich wurde ein bisschen rausgedrängt. Und da kommt... Und von hinten. Jefferson verfahren. Und Nachschuss. Oh, der Nachschuss war dann natürlich mies. Der erste Schuss war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wurde leider geplockt. So. Megidi. Ja, den haben wir dann auch in unserem zweiten Team. So. Jetzt schickt er nach außen durch. Nee, noch nicht. Jetzt erst. Aber in der Zeit konnten sich die anderen Verteidiger ein bisschen positionieren. Hier haben... War nicht, aber kein Ding. Weil er haut das Ding ins Aus. Sehr schön. Ja, ich bin jetzt noch nicht so ganz eingespielt. Und ja, ich feile hier auch noch teilweise ein bisschen rum. Aber... Das soll er... Ah, nee. Das war zum Beispiel wieder so ein Fail. Da sollte natürlich LaVetsi durchgeschickt werden. Der ist schön durchgelaufen. Jetzt können wir auch mal dann gucken, wer in seiner Verteidigung steht. Hier ist Santana. Ja. Nein. Macht er noch den Haken. Will er jetzt hier reinziehen. Und jetzt will er flanken. Das wird nichts. Irgendwann ist er dann halt immer so zugestellt, wenn er als weiter seine Haken macht. Vielleicht ein bisschen mehr straight forward aufs Tor zu gehen. Anstatt alles weiter die Haken zu machen, bis alles von ihm zugestellt ist. Ein Robben. Na, komm. Durchsetzen. Sehr schön. Zlatan. Ah. Es leckt halt echt eklig. Ich will es zwar nicht darauf schieben, weil bei ihm leckt es auch. Aber man merkt es halt schon. Jetzt Zlatanovic. Ja, der muss das Ding jetzt hier machen. Torwart rausholen. Finesse. Und da ist das Ding drin. Der Zlatan, der macht das Ding einfach. Das ist für ihn, ja, einfachstes Handwerk. Ja, da brauchst du auch keinen Übersteiger machen. So. Jetzt wollen wir hier mal nachlegen, damit wir das mal hier ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen, wie nennt man das denn, klarer gestalten. So, jetzt. Ihr seht das auch. Er lässt sich meiner Meinung nach viel zu viel Zeit bei manchen Dingen. Also er versucht dann immer noch tausend Haken zu schlagen. Aber dann stehe ich halt mit ein, zwei Leuten vor ihm. Und ja, dann kommen halt noch nicht mal die Flanken rein, wie er sich das vorstellt. So, Helton. Schmeiß das Ding weg. Jetzt hier Gustavo. Robben. Und, ah, sehr schön. Ja, nein, doch nicht so schön. Torwart. Und jetzt ein Robbenkomm-Kopfball aus 50 Metern hier. Nein, natürlich nicht 50 Metern, aber schon eine gewisse Distanz. Das war klar, dass er nicht reingeht. Aber manchmal kommt dann auf einmal sowas raus, was man nicht so gewohnt ist. Und deswegen kann man es ja mal probieren. So, Thiago Silva, schön. Der Schiedsrichter pfeift den Ball. Äh, ich spiele nach hinten. Ja, die, ich finde diese Bälle aus der Abwehr dann hinten raus, die sind eh nicht sonderlich gefährlich. Meistens. Und deswegen spiele ich dann lieber nach hinten und mache dann von da ein bisschen Spielaufbau. So, ein geht durch. Ah, verdammt. Da sollte der Lob so ein bisschen, ähm, in Richtung des Mittelkreises. So, Shimao, Moutinho. Ja, mittlerweile geht es einigermaßen mit den Legs, aber auch wirklich nur einigermaßen. Leider. Meistens, oh. Meistens ist es ja so, dass es sich nach einer Zeit so ein bisschen, äh, bessert. Hatten wir ja schon öfters. Aber hier bleibt leider immer so ein kleiner Leck bestehen. Ist ein bisschen schade. Aber vielleicht zweite Halbzeit dann. Lavezzi hier schöne Balleroberung, aber leider ist er ein bisschen zu weit weggesprungen, der Ball. So, auf die Außen jetzt hier. Ja, fängt es jetzt hier schon an, dass der Gegner anfängt, äh, Fernschüsse zu machen. Sieht man ja des Öfteren. Wenn die Gegner nicht ganz so durchkommen, dass sie dann als Fernschüsse machen. So, jetzt ziehen wir hier mit Robben. Ja, er will Ibra decken. Und, ach du Scheiße, fuck. Ich hab mich verdrückt. Ich, es war natürlich der übelste Fail. Und, äh, ja, ich hab mich einfach nur krass verdrückt. Ich wollte reinjoppen. Und hab mir dann überlegt, hm, erst muss ich hinten die Tricktaste noch dazu drücken. Und dann hat ich aber schon Kreis gedrückt. Und ja, dann kam der Failball raus. Ich denke, Statistik sagt schon für uns was aus. Sieben Torschüsse, Gegner ein. Und, ja, aus diesem Grund machen wir dann hier weiter. Ihr müsst mir das natürlich hier. Dürft ihr mich nicht übel nehmen. Ich bin kein bisschen eingespielt. Und der Gegner, um das natürlich auch mal zu sagen, äh, er macht das eigentlich relativ solide. Er hat natürlich das schlechtere Team. Will ich nichts gegen sagen. Ganz klar. Aber, ja, hier hätte es halt im Prinzip, ja, stehen müssen, momentan, will ich mal sagen. Und jetzt, Ibrahimovic, glaube ich, im Abseits. Ja, Zlatanovic leider im Abseits. Schön gestartet, aber dann, ja, da seht ihr auch schon, da hoppelt er dann rum. Will eigentlich gerade wieder ein bisschen zurück. Das war dann aber leider nix. Ja, komm, drück weiter hier. Ist halt jetzt so, wie es jetzt steht, natürlich alles relativ eng. Und, ja, sowas, ey, das kann ich ja leiden. Naja, hm, muss ich nichts zu sagen. Vor allem das Ärgerlichste ist dann einfach immer, wenn man sich nach solchen Ecken dann noch ein Tor fängt. Diesmal aber nicht. Und jetzt Robben, komm, gib mal Pace, gib mal Pace. Gegen wen laufen wir da? Ach, da sind wir schneller, komm, da sind wir schneller. Wir haben einen Robben. Ja, okay, da sind wir irgendwie doch nicht schneller. Und jetzt ziehen wir wieder rein. Ja, und jetzt hinten Pfosten verfangen. Fallrückzieher. Nein, scheiße. Ich habe eigentlich alles ein bisschen auf Ibra gewartet. Aber der hat sich in 10er-Manü ein wenig am Strafraum ausgelassen. So, alles abgefangen hier, sehr schön. Und jetzt hier, nein, da sollte der auf Lavet ziehen. Aber Robben holt sich den Ball. Und jetzt hier schicken wir Zlatan durch. Und Zlatan, das schießen wir jetzt einfach mal auf den Kasten. Der kann die Dinge nämlich auch von da. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr aufladen müssen. Und, ah, shit, Zlatan ist schon reingelaufen. Gioa Moutinho ist anscheinend von ihm, glaube ich, verletzt. Und hier weg. So, auf den lieben Herrn Michel LeBastos. Ball durchlassen, Ibra. Und jetzt hier durchgeschickt auf Esquilaville Lavetzi. Und jetzt hier wieder auf Ibra zurück vielleicht. Nein, da kommt Arjen Robben mit seinem Rechten. Und der haut sich hier fast das Ding selber rein. Und jetzt Seidfalls hier. Boah, schade. Da habe ich hier die Trick-Taste gedrückt. Da habe ich gedacht, macht er vielleicht irgendeinen crazy, fancy Schuss. War aber nicht der Fall. Ja, okay. Fancy war der irgendwie dann schon. So, jetzt gucken wir mal. Ziehen wir hier durch. Jetzt ziehen wir hier mit Ibra rein. Oder auch nicht. Jetzt kriegen wir wieder eine Ecke. Schade, ich wollte reinziehen. Aber er ist irgendwie nicht draufgegangen. Er hat nur contained. Hier ein bisschen nach hinten. Ja, es war scheiße. Es war auf Lavetzi. Lavetzi macht ab und an auch Kopfballtore. Aber jetzt hier so nach einer Ecke ist es natürlich um Ibrahimović. Ah, verdammt. Verdammt. Der geht auch meistens rein, würde ich mal sagen. Strafraumkante. Wieder Ibra. Wieder Ball durchlassen. Lavetzi kommt von hinten. Oh, haut das Ding dann komplett daneben. Ja, es ist ein bisschen failig hier, dieses Spiel. Also, ich versau da schon ein paar sehr große Großchancen. Sehr große Großchancen. Und das ist natürlich auch, ähm, ja, sehr sinnvoll, was ich da wieder sage. Und Thiago Silva. Ja. Und nochmal Thiago Silva. Nee, da sucht er hier gleich den Pass. War natürlich gut von ihm. Weil sonst hätte ich den mit Thiago Silva gehabt. Aber Ramirez macht hier Druck. Da seht ihr das einfach, was er für ein Tier ist. Der hat halt Aggressionen bis zum Gehtnichtmehr. Ob er das wirklich als Stats hat, weiß ich nicht. Da habe ich mich noch nicht so drüber informiert. Und jetzt hier Esquilaville Lavetzi. Das schieben wir hier in die Mitte zu Arjen Robben. Er greift mich nicht an. Okay, dann fackeln wir. Ja, okay. Ich dachte, er geht mit dem Torwart drauf. Aber hat er nicht gemacht. Also einfach mit Robben drauf gefackelt auf die Bude. Und gut ist die Sache. Arjen Robben, ja, mein Lieblingswinger in diesem Game. 67. Minute. Ja, ich hoffe mal, der Gegner spielt jetzt schon noch fertig. Hatte halt in dem Spiel nicht so viel zu melden. Natürlich haben wir das bessere Team. Aber ich habe schon oft genug gesagt, das Team ist in FIFA 13, beziehungsweise allgemein auch in FIFA, meiner Meinung nach relativ zweitrangig. Ich sage mal so, wenn man gegen einen gleichwertigen Gegner spielt, der vielleicht ein bisschen schlechter, ein bisschen besser ist. Dann hat ein Team viel, viel auszusagen. Aber wenn man gegen, ja, so ganz normal online spielt. Jetzt sagen wir mal, ich spiele gegen den Kerl hier. Ich bin jetzt mal so arrogant und sage das. Ich spiele gegen den Kerl mit den Bronze-Bundesliga-Teams, die ja von den Werten her definitiv unterlegen sind. Ich sage, ich gewinne hier trotzdem. Weil der Gegner einfach von der Spielanlage her meiner Meinung nach schlechter ist. Weil ich habe auch schon gegen Gegner gespielt mit richtig, also was heißt richtig, mit so relativ schlechten Goldteams. Das heißt, mit Non-Rare-Spielern, mit normalen Goldspielern halt relativ günstig, die mir richtig Feuer unterm Arsch gemacht haben. Weil sie halt die richtige Spielanlage haben, will ich mal sagen. Das heißt, sie spielen allgemein sehr gut. Okay, er spielt glaube ich noch. Ich dachte erst, er hat aufgehört zu spielen. Also, wenn die Spielanlage stimmt, dann ist das Team eher zweitrangig. Natürlich kann man sich durch ein gutes Team noch einen Vorteil rausholen. Das sollte klar sein, sonst hätte es auch wenig Sinn. So ein, ja, dann hätten diese teuren Spieler ja keinen Sinn, wenn man dadurch keine Vorteile rausholen könnte. Aber im Allgemeinen sieht es wirklich so aus. Ich sage mal, 80 bis 90 Prozent sogar sind Spielanlage und die restlichen 10 Prozent sind Team. Das ist definitiv meine Meinung. Deswegen verstehe ich so Kommentare auch nicht, wie, ja, der Gegner hatte das schlechtere Team. Es ist einfach so, äh, nicht so. Es ist einfach so, dass die Leute mit dem, mit der besseren Spielanlage zu 90, 95 Prozent gewinnen. Ist einfach so. In einem Match, wo sich zwei komplett ebenbürtige Gegner gegenüberstehen, will ich mal sagen. Da macht dann halt das Team den Unterschied. Das sollte aber auch klar sein. Also, das ist ja eine ganz logische Rechnung. Ah, Ibra! Ah, das ist jetzt hier so ein Vogel, ey. Ja, sowas kann ich dann halt schon wieder überhaupt nicht leiden. Ja, und dann soll er halt wie ein Mann jetzt fertig spielen und dann nicht als so eine... Ja, okay, das ist mir egal. Das kann er machen. Da macht er sich nur selber lächerlich mit. Aber ich meinte dann eher sowas, dass er dann den Ball nicht spielt. Und jetzt hier spielt er auch wieder nicht. Ja, Lavetze geht jetzt hier durch. Jetzt, komm, hol mal einen Torwart raus. Komm, komm, hol nur raus. Ja, komm, komm, hol nur noch mal raus. Hol nur noch mal raus, ey. Ja, wisst ihr, der Gegner kotzt mich jetzt einfach nur an, weil er so ein Lappen ist. Solche Gegner sind für mich einfach nur Lappen. Ist so. Ich spiele meine Spiele immer zu Ende und mache hier nicht so Faxen. Aber wenn er der Meinung ist, soll er das ruhig machen. So, weiter geht es hier im Programm. Wir haben jetzt hier wahrscheinlich nie mehr viel Gegenwehr. Anscheinend spielt er dann so halb irgendwie doch noch mit. Und dann manchmal legt er den Kontroller vielleicht mal zur Seite. Keine Ahnung, was er vorhat, der Herr. So, jetzt hier nochmal auf Gustavo. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich... Ja, doch, er spielt anscheinend doch noch. Also spielen wir jetzt hier mal fertig. Übrigens ist er trotzdem noch für mich ein Lappen. Allein durch die Aktion, die er hier gerissen hat. So, rausgespielt. Ibra und jetzt hier Robben in den Lauf. Ein Robben. Und jetzt, komm, hol doch mal deinen Torwart raus. Komm, bitte. Eine Rainbow über den Torwart. Und sogar direkt rein. Und jetzt gibt es nochmal einen Finger vor den Mund von mir. Und noch die Hand ans Ohr. Und noch ein bisschen Boxen. So, das war es dann. Hier ist es nochmal. Fupp. Über den Torwart. Der war natürlich perfekt getimt. Ist dann direkt über den Torwart geflogen. Und ja, jetzt lasse ich hier auch die Wiederholung laufen. Weil der Gegner hat sich meiner Meinung nach nicht, ähm, ja, wie nennt man das, äh, vernünftig angestellt. Hätte er ganz normal weitergespielt, wie er vorher gespielt hat, hätte ich so Wiederholung auch nicht laufen lassen. Dann hätte ich es euch vielleicht danach nochmal gezeigt in Wiederholung. Weil mache ich eigentlich meist aus Respekt vorm Gegner. Weil manche haben auch gefragt, wieso lässt er die Wiederholung nicht durchlaufen? Dann, LaVetsi, boah, ich sag euch, der Kerl, der hat sowas von unglaublich geile Schüsse. Vor allem aus der Distanz. Ich glaube, seine Stats sagen das gar nicht so. Aber er hat wirklich bombenmäßige Schüsse drauf. Genau, was ich sagen wollte. Das haben wir schon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau. Ähm, in den Kommentaren gefragt gehabt, warum ich denn meine Torwiederholung nicht laufen lasse. Ibrahimovic, Finesse am Tor vorbei. Oh, Zlatanovic. Ähm, warum ich die Wiederholung nicht laufen lasse. Und da kann ich halt sagen, wenn der Gegner sich vernünftig benimmt. Das heißt, wenn er ganz normal spielt, wie ein normaler Gegner. Also nichts Zeitspielmäßiges. Nichts mit, äh, selber Wiederholung laufen lassen. Und, äh, irgendwelche, ja, sehr arroganten Jubel. Und dazu halt noch Wiederholung laufen. Und, ah, ich hab extra Trick-Taste gedrückt. Ich dachte, er macht Zeitfalls hier oder sowas in die Richtung. Ein Robben hier. Nochmal den Ball abnehmen. Was ist jetzt los? 90. Minute wäre es gewesen. Jetzt hängt hier irgendwas. Mein Internet, kann ich euch sagen, geht noch. Aber was jetzt hier los ist. Entweder werde ich von den EA-Servern gekickt oder... Ne, gar keiner wird gekickt. Okay. Meist ist es so, wenn es so lange dauert, äh, wird irgendwer von beiden gekickt. Aber anscheinend nicht. Aber jetzt will ich endlich meinen Satz zu Ende bringen. Warum ich das nicht laufen lasse, ja, ich, ist respektmäßig von mir. Wenn der Gegner nichts macht, was mich aufregt, dann lasse ich, ähm, auch meine Wiederholung nicht laufen. Mache ich einfach anstatt halber, dass das Spiel sofort weitergeht und gut ist. Das gleiche ist eigentlich auch mit den Jubeln. Ist ja klar. Normalerweise breche ich die Jubel ab. Aber wenn der Gegner ein Spack ist, ja, dann ist mir das auch Latte. Und dann zelebriere ich den Jubel bis zum Ende durch. Ja, um halt auch zu provozieren, wenn er meint, er muss es machen, mache ich das auch. So, zwei Tore robben, eins Ibrahimovic. Ich muss in dem Spiel einfach viel mehr Tore machen. Habe ich nicht gemacht. Ist nicht schlimm. Wir gewinnen hier 3 zu 0 gegen die Jacks 11. Ja, wo der Gegner halt meiner Meinung nach, ähm, kein guter Spieler ist. Äh, also, ja, ne, das ist falsch ausgedrückt. Kein guter, ja, Verlierer kann man eigentlich schon sagen. Weil wer mitten im Spiel, wer in der 60. Minute schon aufhört zu spielen und nur noch Faxen macht und so. Ist halt einfach lächerlich. Ich würde jetzt gerne nochmal ganz kurz schnell auf die Teambewertung gehen. Aber der nette Herr drückt natürlich auch nicht weiter. So, jetzt kommen wir vielleicht nochmal ganz schnell drauf. Außer es gibt einen kleinen EA-Fail. So, hier sehen wir es. Ähm, Robben, Spieler des Tages mit zwei Buden. Ibrahimovic noch ein Törchen gemacht und 9,3. Lawezi auch gute Benotung. Eigentlich alle solide Benotungen außer Thiago Silva. Aber wir hatten halt echt nicht so viel in der Abwehr zu tun. Vielleicht täuschen mich meine Worte. Ne, ich denke, die Statistik ist auch ganz klar. Ballbesitz durch seine Faxen am Ende dann vielleicht ein bisschen für ihn. Aber mein Spiel basiert sowieso nicht auf Ballbesitz. Weil ich versuche, sobald ich in Balleroberung komme, so schnell wie möglich zum Tor zu kommen. Und da hat man eigentlich fast nie extremen Ballbesitz. Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Skillerteam von Brasilien spiele. Dann habe ich meistens richtig viel Ballbesitz, weil man dann halt Faxen macht und auf der Stelle rum macht. Und all so ein Zeug. Und ja, bei diesem Spielstil hier, da geht es darum, schnellstmöglich vor das Tor zu kommen. Und ja, das haben wir auch relativ gut geschafft. Aber die Abschlüsse waren jetzt nicht so ganz der Hammer. Aber naja, ich würde mal sagen, das wäre es gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Und ab ins Forum. Der Link ist in der Beschreibung. Das wäre es von mir gewesen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao.